Gut, dann beginnen wir. Worum es geht, haben wir ja gerade schon gehört. Jetzt muss ich einmal hier schauen. Ein bisschen ruckartig, aber jetzt sollte es klappen. Gut, also erst einmal zum Aufbau. Ich werde mich ungefähr nach dem Titel richten. Also erst einmal über Seneca in der Kurfürstlichen Bibliothek im späten 17. Jahrhundert sprechen und dann über ihren späteren Verbleib heute. Und ja, wir haben gerade schon gehört, es gibt früher Kataloge. Also ich werde beginnen mit den gedruckten Seneca-Katalogen von Andreas Müller, gefolgt vom anschriftlichen Seneca-Katalog von Menzel und auch noch kurz auf den gedruckten Seneca-Katalog von Julius Klapproth eingehen, der aus dem 19. Jahrhundert stammt, aber auch durchaus von Interesse ist für die Frühphase. Und im weiteren Verlaufe dann auf ein paar konkrete Beispiele eingehen, was aus diesen Werken geworden ist. Und zwar im Wesentlichen auf zwei Gruppen werde ich da eingehen, nämlich einmal auf Werke, die schon im 19. Jahrhundert nachweislich nicht mehr vorhanden waren, sich aber heute teils wieder auffinden lassen. Und dann noch zu weiteren Stücken der Sammlung, die im 20. Jahrhundert ganz bewusst ausgeschieden wurden. Also keine Kriegsverluste, wie teilweise auch vermutet wurde, sondern bewusst ausgeschieden, leider muss man vielleicht sagen. Gut, also ich beginne mit einem Katalog von Andreas Müller, der nicht so klingt, als sollte ich mit ihm beginnen. Denn der Titel lautet Anderer Teil des Kataloge der sienesischen Bücher bei der kurfürstlich-brandenburgischen Bibliothek zu Köln an der Spree von 1683. Wahrscheinlich, zumindest aufgesetzt im Jahr 1683. Es steht nicht explizit da, dass er gedruckt wurde in dem Jahr, aber es scheint hinzukommen. Der hat gerade einmal fünf Nummern und wenn man das weiter auf die Titel reduziert, eigentlich drei Titel, zwei Lexika und ein doppelt vorhandenes, sehr umfangreiches historiografisches Werk. Das ergibt dann 267 Bände bei ihm, ist also gar nicht so wenig und mehr als alles zusammen, was vorher da war. Und es sind mal wirklich vollständige Werke. Wie Eva Kraft schon vor einem halben Jahrhundert völlig richtig herausgestellt hat, handelt es sich dabei um eine Beschreibung der im Jahre 1683 zu Beginn, also im Januar, in etwa eingetroffenen Büchersammlungen, und zwar eingetroffen aus Batavia über Andreas Kleier, den wir gleich auch nochmal wiedersehen werden. Das ist also eine dieser Büchersendungen, die, ja eine Bestellung praktisch, die über einen Angestellten der Ostindienkompanie, der niederländischen noch, wir hatten gerade noch gehört, es gibt ja vielleicht auch noch Pläne in der Zeit für eine weitere, aber hier von der niederländischen Ostindienkompanie. Warum habe ich die Reihenfolge so gewählt, wie ich sie gewählt habe? Nun, der andere Teil suggeriert, es gibt einen ersten Teil, und den gibt es auch, der wurde aber in der Form, wie wir ihn heute haben, wahrscheinlich erst 1685 gedruckt, und zwar eigentlich als Teil eines Werkes, in dem es um die Finsternis zum Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu geht, und ist da gewissermaßen ein Anhang. Handschriftlich gibt es ihn auch im von Johann Rauer begonnenen Katalog, also dem Handschriftenkatalog, das ist aber praktisch eine Kopie dann von dem, was wir hier auch auf der rechten Seite in Druckform sehen. Dieser Katalog hat dann 24 Nummern, also schon etwas mehr, wenn man es richtig zählt, 25 sogar, und beinhaltet auch die Stücke aus der Lieferung von 83. Also im Wesentlichen aber ein anderer Bestand, aber inklusive des Bestandes, der neu hinzugekommen war. Inhaltlich muss er also von 83 oder später stammen, in der Form, und tatsächlich gibt es eine Stelle, bei der Müller selber dann darauf hindeutet, dass es schon eine frühere Version gab, die uns aber leider in der Form nicht mehr vorliegt. Er sagt nämlich, im vorangegangenen Jahr habe ich das schon, naja, zusammengestellt oder vielleicht sogar herausgegeben, jetzt aber in erweiterter Form, also jetzt aber erweitert. Und da geht es wahrscheinlich um diese Lieferung, die neu angekommen war. Also wahrscheinlich gab es den Katalog auch schon mal vor, 85. Ist allerdings nicht sicher datiert belegt, und wir haben ihn eigentlich nur aus dieser 85er-Publikation, in der dann auch von Müller selber gesagt wird, naja, es gab wahrscheinlich zwei Fassungen davon. Sie sehen den gesamten Katalog auf der rechten Seite. Der heißt nicht ohne Grund Einblatt-Katalog auch öfter, denn mehr umfasst er nicht. Und ich hatte gerade gesagt, eigentlich sind es 25 Posten. Wenn Sie diese Seite jetzt durch 25 teilen, merken Sie, sehr viel pro Buch sagt er da nicht. Manchmal haben Sie Titel, manchmal sind Sie gekürzt. Nur angegeben, manchmal haben Sie gar keinen richtigen Titel, sondern eine, naja, mehr oder minder sichere inhaltliche Charakterisierung des Werkes. Die chinesischen Titel, wie Sie auch unschwer sehen können, sind nur in Umschrift da. Es gibt keine chinesische Schrift, was teilweise es nicht gerade vereinfacht, die Werke zu identifizieren. Neu hinzugekommen, recht zufällig, zum Jahresbeginn, also zum Menzeljahr, habe ich mich in Digitalisaten aus der Polnischen Nationalbibliothek umgesehen und habe rein zufällig am 01.01. ein Digitalisat von diesem Katalog gefunden, was aber vielleicht gar nicht so zufällig war, wie ich nachher dann erfahren habe. Jedenfalls haben wir es hier mit einem handschriftlichen Katalog von Menzel zu tun, der bislang für die Rekonstruktion der Sammlung eigentlich nicht verwendet werden konnte. Denn der war zwar, naja, als irgendwann mal existent durchaus bekannt in der Literatur, aber auch das nur am Rande und der Verbleib war nicht wirklich klar. Er nennt sich kleiner Katalogus oder kurzer Bericht aller chinesischen Bücher, welche auf seiner kurfürstlichen Durchläuftigkeit zu Brandenburg Bibliotheka Anno 1685 im Februar sind befunden und untersucht worden, nämlich von Menzel persönlich. Befindet sich, wie gesagt, heute in der Nationalbibliothek in Polen, kommt dort aus der Sammlung von Josef Andrzej Zawuski und der hat mutmaßlich zumindest diesen Katalog in der Mitte des 18. Jahrhunderts bei einer Auktion ersteigern können. Der war nämlich mal zum Verkauf in der sogenannten Bibliotheka Rolofiana angeboten worden in den 1740ern. Dieser Katalog hat jetzt 27 Nummern, wovon allerdings zwei leer sind und dann gibt es noch welche ohne Nummern hinterher, so dass wir in Müllers Worten auf 33 an der Zahl kommen, an Werken. Und interessant ist vielleicht, was er im Vorwort schreibt. Er unterteilt die vorhandenen Sienika dort in zwei Typen, nämlich erstlich sind diejenigen 27 Volumina begriffen, welche auf meiner ostindische Korrespondenz mit Herrn Dr. Andreas Kleiern in Batavia gehalten, vor drei Jahren ungefähr von dahergebracht und an seine kurfürstliche Durchlauftigkeit sind geschickt worden. Worüber der Probst, Herr Andreas Müller, einen Katalogum, Subtitel des anderen Teils hat drucken lassen. Diese 27 Volumina sind jetzt alle vorhanden. Diesen Katalog kennt er also. Geht weiter. Zum anderen sind diejenigen chinesischen Bücher, welche vorher zu unterschiedlichen Zeiten an seine kurfürstliche Durchlauftigkeit von guten Freunden sind geschickt worden. Diese hat der Herr Probst genummeriert auf der von Weißpapier darum gelegten Umschläge, sind aber sehr defekt, teils verkehrt oder versetzend eingebunden und hin und her distrahiert, habe selbege nach der gefundenen Nummer wie folgt verzeichnet. Also wir nehmen daraus zwei Sachen mit. Erstens erkennt nur den einen Katalog und das macht Sinn, wenn man annimmt, dass der andere erst in diesem Jahr gedruckt wurde, nämlich 1685. Wir sind hier im Februar 1685. Das Werk von Müller vielleicht im weiteren Verlauf des Jahres erst. Das heißt also, er macht einen Katalog der Sammlung und hat eigentlich nur den Teilkatalog der neuen Lieferung und nicht den eigentlichen Katalog, den Müller auch schon zumindest für sich privat zusammengestellt hatte. Ein anderer Punkt, der ganz interessant ist, wir haben hier einen ersten Hinweis darauf, dass wir vielleicht keine Signaturen, aber eine Nummerierung hatten, also eine Anordnung der Sammlung in der Bibliothek, die auf Müller offenbar zurückgeht und die er hier befolgt in seinem Katalog dann in der Nummerierung. Leider haben wir noch keine richtig festen Signaturen, die kommen erst viel später. Falls es die gegeben hätte, wäre die Geschichte der Bibliotheks oder der Sammlung vielleicht auch ein bisschen anders verlaufen, zumindest einige der Umwege wäre nicht so leicht möglich gewesen. Ja, dieser Menzel-Katalog erlaubt jetzt einige interessante Sachen im Vergleich zur Publikation von Eva Kraft 1973, was im Wesentlichen der erste und eigentlich auch der einzige Versuch ist, die Sammlung zu rekonstruieren, also nicht unbedingt herauszufinden, wo sind jetzt die ganzen Stücke, sondern was ist überhaupt gemeint, was sind überhaupt die Titel, was sind die Werke hinter den Angaben in den Katalogen bei, ja damals bei Müller nur. Und da gibt es einen Eintrag, den konnte Eva Kraft damals nicht identifizieren und ich muss gestehen, ich bis zum 01.01. in diesem Jahr auch nicht, bis dieser Menzel-Katalog daherkam, der nämlich chinesische Schriftzeichen enthält. Zwar nicht wunderschön geschrieben, aber sehr hilfreich bei der Identifikation von Dingen, die sonst eher etwas unklar waren bis dahin. Ich komme nachher nochmal auf dieses Werk zurück, aber auf jeden Fall wichtig ist, es gibt jetzt einen völlig unklaren Punkt, der wurde mal geklärt. Es gibt andere Punkte, bei denen kann man sagen, Annahmen von Eva Kraft wurden jetzt bestätigt, denn Müller schreibt halt schön den Titel ab und anders als Menzel, Entschuldigung, Müller gibt nämlich nur eine Inhaltsbeschreibung, Gebete, christliche Gebete oder so etwas steht da und gibt dann ein Ja an und Menzel gibt auch den Titel in chinesischer Schrift an, sodass die Annahme von Frau Kraft das völlig richtig bestätigt werden kann. Es gibt allerdings auch andere Fälle, bei denen die Angaben von Menzel die früheren Annahmen von Eva Kraft widerlegen, zum Beispiel zu diesen drei Stücken, von denen die ersten beiden netterweise auch heute noch existieren, unter den später erst hinzugekommenen Signaturen, aber auch die Werke an sich sind noch vorhanden heutzutage. Wenn ich mich nicht irre, sogar bei den Berlin, also nicht in Krakau, sondern in Berlin in dem Sinne. Und naja, Menzel gibt halt die Titel an und ermöglicht damit eine sehr sichere Identifikation. Jetzt kann man Eva Kraft keinen Vorwurf machen, denn teilweise sind die Angaben sowohl bei Müller als auch bei Menzel einfach ziemlich irreführend. Das erste Werk zum Beispiel handelt gar nicht wirklich von Geometrie und ist auch nicht von Matteo Ricci, obwohl beides da steht, und zwar bei beiden. Glücklicherweise schreibt Menzel aber den Titel in chinesischer Schrift ab und das Fragment, was er beschreibt, passt genau zu einem Fragment, was Müller beschreibt und zu dem, was heute noch da ist, sodass man die also relativ gut gleichsetzen kann und bestimmte Titel dann auch endlich endgültig zuordnen kann. Dann gibt es erst viel später wieder einen gedruckten Katalog, nämlich 1822, das Verzeichnis der chinesischen und manchuischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin von Julius Klapproth, der etwa zehn Jahre früher entstanden ist, inhaltlich. Ja, der ist eigentlich besonders deswegen interessant für das, was er nicht anspricht, denn der enthält zwar viele Drucke aus dem 18. Jahrhundert, also aus der Zeit, die nach Müller, Menzel und vor Klapproth liegt, erwähnt aber manche Dinge, die wir bei Müller und Menzel antreffen, also aus dem 17. Jahrhundert noch, mit keinem Wort. Der Name Klapproth wird uns aber noch zwei-, dreimal begegnen gleich und vielleicht auch nicht ganz zufällig, aber auf welche Art und Weise ist nicht ganz klar. Kommen wir aber dann zum zweiten und eigentlichen Teil, nämlich zum späteren Verbleib. Und ich beginne mit einem kleinen Exkurs, nämlich zu Zeichenlexika vom Typ Raipien, die nämlich im 17. Jahrhundert jeder kannte, der sich für China und Chinesisch interessierte, heutzutage aber eigentlich eher, naja, ein relativ obskures Dasein fristen und kaum erforscht werden und auch nicht unbedingt jedem geläufig sein müssen. Ja, die heißen so, die Gruppe der Lexika heißt so, weil sie dieses Element typischerweise im Titel führen. Es gibt allerdings auch andere praktisch inhaltsgleiche Lexika, die dann vielleicht andere Titel haben, wie zum Beispiel dieses Zichai, dieses Zeichen mehr, sehr passend, denn ja, diese Werke waren gerade im 17. Jahrhundert, aber vielleicht auch noch bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, praktisch der Inbegriff chinesischer Zeichenlexika in Europa und auch ein Nährboden für die Vorstellung von vielen, vielen 10.000 Schriftzeichen, die man beherrschen muss, um chinesische Texte lesen und verstehen zu können. Um eine Größenordnung anzugeben, die sind etwa im Bereich 60.000 bis 70.000 Schriftzeichen. Kommen wir gleich auch nochmal auf der nächsten und übernächsten Folie darauf zurück und da sind also für ihre Zeit die größten Lexika, wenn man jetzt nicht nach Textmenge geht, sondern einfach nur nach der Zahl der erfassten Zeichen und das ist eigentlich eine Zahl, die typischerweise erst im 20. Jahrhundert dann wieder erreicht wird. Sie können sich aber auch vorstellen, wenn man so viele Zeichen enthält, enthalten hat in diesen Lexika, dass das meiste davon keinen großen praktischen Nutzen hat. Es handelt sich um Obskuritäten der Schriftgeschichte in vielen Fällen, nämlich extrem seltene, praktisch nicht sonst belegte Varianten, andere veraltete, sonstige seltene Zeichen. Also mit anderen Worten, das gibt keinen guten Eindruck von tatsächlichem chinesischen Schriftgebrauch der Zeit, sondern ist eher das gesammelte Schriftenventar der letzten, naja, bis dahin vielleicht 1.500 Jahre vielleicht in der Schriftform. Mit anderen Worten, die sind riesig, enthalten unglaublich viele Schriftzeichen, sind aber sehr irreführend für europäische Beobachter, die denken, dass sie jetzt jedes von diesen Schriftzeichen da drin, also 60.000 bis 70.000, auch wirklich kennen müssten. Es gibt auch noch andere interessante Sachen drin, die sehen wir aber gleich noch, kann ich hier vielleicht überspringen. Wenn man dann in die Literatur des 17. Jahrhunderts schaut, auch darüber hinaus, aber vor allem erstmal im 17. Jahrhundert, trifft man diesen Titel sehr häufig an. Also praktisch jeder Orientalist oder jeder andere, der sich irgendwie für chinesisch ansatzweise interessiert hat, nennt diesen Titel, der weiß, es gibt da irgendwelche Lexika mit diesem Namen Haiqian, und die sind riesig. Wenn Sie dann in die Jesuitenliteratur reinschauen, sehen Sie auch sehr, ja, sehr richtige Zahlen. Die sagen nämlich zum Beispiel, so wie hier in den Zitaten, bringen also diese Werke oder diese Werksgruppe in Zusammenhang mit etwa 60.000 Schriftzeichen. Und es gibt noch wildere Gedanken, also ich finde auch schon früher welche, die dann, die schreiben nicht von 60, sondern von 40 oder von 80 bis 120.000. Da sind aber meist Leute, die nachweislich, naja, nichts mit Chinesisch groß zu tun hatten, sondern aus dritter Hand irgendwelche stille Postinformationen verbreiten, die also nicht sonderlich vertrauenswürdig sind. Aber hier haben wir es halt mit jesuitischen Autoren zu tun, die entweder selber Ahnung hatten oder halt andere jesuitische Quellen hatten, die wiederum entsprechende Ahnungen vorweisen konnten. Ja, diese Zahl, die Sie hier nennen, mit 60.000 ist auch nicht zufällig. Menzel hat netterweise nachgezählt. Er schreibt nämlich dann über 66.000 Zeichen, beinhaltet dieses Werk, was hier in Berlin dann vorhanden war, seit 1683. Und Klapproth macht das dann noch ein bisschen genauer später. Der spricht dann von, ich glaube, 66.174 und in manchen Pubulationen 66.474, aber wie dem auch sei, also 66.000 und noch ein paar hundert. Jetzt, wie gesagt, also diese Werke sind extrem bekannt im Europa des 17. Jahrhunderts und wenn Sie sich für chinesisch interessieren, möchten Sie am liebsten wenigstens einen Teil davon haben. Und Teile sind auch genau das, was man am meisten antrifft, denn es gibt reihenweise Fragmente von, besonders von einem Titel und ein so ein Fragment gab es auch mal in Berlin seit den 1670er Jahren schon. Allerdings auch nur ein Fragment, befindet sich auch heute nicht mehr hier, sondern in Manchester, wie ich versucht habe, mal vor zehn Jahren etwa herauszustellen, komme ich auch gleich noch mal darauf zurück. Aber es gibt auch in München, in Oxford, in Paris, in Utrecht, in Wien verschiedene Teile von diesem Werk. Die sind nicht alle vom gleichen Exemplar, sind offenbar mehrere Exemplare, aber die sind zerstückelt worden und als wahrscheinlich Kuriositäten mit sehr vielen, sehr teilweise auch außergewöhnlichen Schriftzeichen dann unter Liebhabern verkauft oder auf jeden Fall verbreitet worden. Es gibt auch einen interessanten Fall, ein gewisser Ernst Brink, der auch als Sprach- und Schriftsammler in seiner Zeit bekannt ist. Der hat uns mehrere Alben hinterlassen, in denen sich nicht nur viele Personen eingetragen haben mit kleineren Texten, also wie Freundschaftsalben oder so etwas heute, vielleicht noch, sondern der hat auch Schriftproben und dergleichen gesammelt und hat ein Exemplar oder ein Fragment, was er hatte, offenbar noch extra zerschnitten und zwei ausgeschnittene Teile von einem Band, von einem dieser Lexika, finden Sie dann bei ihm heute noch in dem Album. Wo der Rest geblieben ist, ist bisher leider nicht ganz klar. Er hat auch andere Bücher zerschnitten, zum Beispiel einen recht seltenen Jesuitendruck aus Japan. Da liegt das Buch heute in Paris, da fehlen ein paar Seiten und Teile dieser Seiten finden Sie als Ausschnitte in seinem Album und ähnliche Dinge. Vermutlich haben wir hier ein ähnliches Muster. Na ja, und dann haben wir erst mit dem Berliner Werk, was 83 ankommt, die ersten, die wirklich in vollständiger Form Europa erreichen und dann auch eingesetzt werden. Also in Berlin, in Paris, St. Petersburg, das sind alles Exemplare, die auch wirklich von interessierten Protosinologen dann eingesetzt wurden. Sie sehen, die Pfeile zeigen an zwei Stellen in eine Richtung. Die haben irgendwann mal ihren Besitzer und ihren Ort gewechselt und auch da fällt in dem Zusammenhang der Name Klappbrot durchaus. Schauen wir uns den ersten Fall an, dieser beiden, die hier in Berlin nachweisbar sind, nämlich im Müller- und im Menzel-Katalog gleichermaßen. Da steht einfach erst dann mal ein chinesisches Zeichenlexikon, Teile 16, 17 sind da, bei Müller. Und bei Menzel heißt es dann, ist ein Stück nämlich der 16. und 17. Teil von dem großen Lexiko Charakteristico der Sineser, der Herat Ludolf, also Hiob Ludolf, hat es seiner kürfürstlichen Durchlauchtigkeit verehrt und stehrt sein Name dabei. Auch da gibt es einen wunderbaren Artikel von Eva Kraft aus den 70er Jahren, in dem auch die Anschaffungsgeschichte, sage ich mal, dieses Fragmentes schön beschrieben wird mit brieflichen Quellen. Da wissen wir also ganz gut Bescheid, auch wann das und wie das nach Berlin in die Sammlung gekommen ist, aber bis vor einigen Jahren war zumindest relativ unklar, was daraus geworden ist. Ich hatte gerade gesagt, die wurden auch eingesetzt und gerade für dieses Chaipien in Berlin habe ich erst vor wenigen Tagen ein schönes Beispiel gefunden, nämlich in einem Jesuitendruck, der das Leben Jesu darstellt, üppig illustriert, wie Sie sehen können. Und zwar dieses Exemplar befindet sich heute in Göttingen, stammt aber aus der Privatsammlung von Andreas Müller. Und wenn wir hier oben in die Überschrift schauen, da sehen Sie, da gibt es eine kleine Notiz von ihm und da schreibt er Dekendium, Raip, also abgekürzt für Raipien, 1662. 16, haben Sie gerade gehört, ist einer der beiden Kapitel, die erhalten sind, mehr oder minder, zumindest in Berlin oder erhalten waren, sollte ich vielleicht sagen. Und tatsächlich, wenn Sie in dieses Lexikon reinschauen, jetzt in einem anderen Exemplar, eins, was in Japan liegt, aber gleicher Titel, wenn Sie da in den Band 16 schauen und die Doppelseiten einfach doppelt zählen, also praktisch Vorder- und Rückseite immer einzeln zählen, dann kommen Sie bei der Seite 62 auf die Rückseite der Seite 31 und genau dort finden Sie ein Schriftzeichen, das auch im Titel vorkommt, nämlich das erste von den dreien hier, was er dann glossiert hat mit Dekendium, also Zeitraum von zehn Tagen. Das ist praktisch die Erklärung, die er auch in dem Lexikon gefunden hat. Also wir sehen selbst dieses Fragment von nur zwei Bänden oder nicht mal zwei Bänden oder Kapiteln vielmehr aus diesem Lexikon hat Müller offensichtlich auch tatsächlich eingesetzt und wann genau wissen wir nicht, aber irgendwann, wahrscheinlich um 1680 herum, dürfte das ganz grob sein. Also nachweislicher Einsatz solcher Zeichenlexika direkt hier vor Ort. Wie geht es aber weiter mit diesem Werk? Es taucht 18.9 in einen Brief von Antonio Montuzzi, der gerade die Berliner Sammlung hier benutzt hat, an den damaligen Bibliothekar Biest wieder vor. Da hängt eine Liste an der Bücher, die sich nicht mehr in der Bibliothek befinden. Und in dem Brief spricht auch an, also er vermutet, dass sie entweder bei Klapprot hier in Berlin, also bei seinem Vater, dem berühmten Klapprot, zu Hause sind oder dass er sie vielleicht mit nach Russland genommen haben könnte, denn er war ja dann schon in Diensten der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften. Also die Vermutung, dass sie irgendwie bei Klapprot gelandet sind, taucht dann schon bei Montuzzi 18.9 auf. Und ja, 18.22 kommt der Katalog raus von Klapprot und erwähnt dieses Fragment mit keinem Wort. Wenige Jahre später finden wir es allerdings in der Verkaufsliste eines Pariser Buchhändlers, der vielleicht zufällig, vielleicht nicht, auch viele Werke von Klapprot rausgegeben hat und gute Kontakte mit ihm entpflegte. Und das kann man dann weiter verfolgen über eine Auktion in Gent in den 1860er Jahren. Dann geht es also erstmal nach Belgien offenbar und dann geht es weiter, wird es weiterverkauft nach Großbritannien. Kommt dort in die Bibliothek Alindesiana, die dann in den 1890er Jahren einen schönen, heute noch wirklich gut benutzbaren Katalog der Seneca-Sammlung publizieren und naja, irgendwann wurde aus Geldknappheit diese Sammlung nach Manchester verkauft und dort liegt sie seitdem in der John Rylands Library immer noch unter der Nummer 128. Wenn Sie da reinschauen, sehen Sie noch ein Etikett von dem Buchhändler, der es 1828 zum Verkauf angeboten hat. Sie sehen handschriftliche Ergänzung von Klappbrot eindeutig in seiner Handschrift, aber ist das das Berliner Exemplar? Nun, dankenswerterweise hat Christian Menzel manchmal Sachen abgeschrieben, die nicht in seinem Privatbesitz waren, sondern hier in der Sammlung in der kurfürstlichen oder vielleicht später in der kurfürstlichen Bibliothek waren. Hier sehen Sie zum Beispiel einen schönen Fall rechts das Original gedruckt, links seine handschriftliche Kopie davon. Entscheiden Sie selber, wie gut das getroffen ist, aber darum geht es gar nicht, sondern selbst wenn die linke Seite nur noch existieren würde, könnten wir daraus ja einiges ableiten über das, was hier vorhanden gewesen sein muss, nämlich die rechte Seite, die könnte man daraus ja erschließen. Und in einem Konvolut, was vor wenigen Jahren, also liegt heute leider nicht mehr in Berlin, aber in Krakau ist es noch vorhanden und ist seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so auch digitalisiert. Und bei der Durchsicht dieses Konvolutes ergab sich dann ein interessanter Fund, nämlich diese Seite, die wir hier rechts sehen. Das ist etwas ähnliches wie auf der Folie davor von Menzel auch wieder und zwar diesmal zu diesem Halpien-Fragment in Berlin. Er gibt dann, also links oben fängt er an erstmal die erste Seite wieder von Kapitel 16, dann geht er weiter, listet die Kapiteltitel auf aus dem Kapitel 16, dann rechts unten geht er dann in die nächsten Kapitel, also weitere Kapitel in Buch 17 und am Ende versucht er das Ganze nochmal irgendwie zusammenzufassen über die beiden Bände hinweg und wenn wir das zusammenfassen was er da hat dann hat er also oben und unten steht jetzt das liegt daran dass auf einer Seite also das obere Drittel hat einen Inhalt und die unteren beiden Drittel haben einen anderen Inhalt in diesem Lexikon und die haben halt separate Kapitel und Kapitel Nummerierung und auf jeden Fall wenn wir die durchschauen die die Menzel hier erwähnt fällt auf die komplette zweite Hälfte des 17. Kapitel des 17. Buches wird überhaupt nicht mehr aufgelistet und in der Mitte des 16. Buches fehlt ein einziges Kapitel könnte Nachlässigkeit irgendwie sein oder vielleicht hat er einfach aufgehört am Ende weil er keine Lust mehr hatte man können aber heute ja da hatte ich einen vergessen aber nicht weiter schlimm wir können das heute vergleichen mit dem was in Manchester liegt und wenn wir das machen sehen wir dass genau die Seiten fehlen die Kapiteltitel enthalten die Müller Entschuldigung wieder Menzel die Müller nicht erwähnt mit anderen Worten Menzel beschreibt perfekt den Umfang der von Ludolf gekommenen zwei Bücher 16 und 17 so wie sie vorhanden waren in Berlin im 17. Jahrhundert und genauso sehen sie heute in Manchester aus also ich weiß nicht ob das vor Gericht Bestand hätte aber auf jeden Fall die Plausibilität der Gleichsetzung die ich vor zehn Jahren oder wann das war schon mal vorgenommen hatte ließ sich hierdurch vielleicht noch etwas steigern die Frage ist nur auf welchem Wege dann also auch eine ausgeschriebene ja keine Dublette hier sondern als Fragment vielleicht als Belohnung für den Katalog vielleicht auf anderen Wegen man weiß es nicht aber auf jeden Fall können wir dank Menzels Notizen ja ziemlich sicher zeigen dass das alte Berliner Exemplar und das jetzige Manchester Exemplar praktisch das gleiche ist die Verbindung ist Klapprot in der Mitte der nächste Eintrag oder eigentlich in dem Müller Katalog der davor in Wirklichkeit ja ist relativ unspektakulär ein anderes Zeichen Lexikon steht da einfach nur wird von Menzel nicht weiter beschrieben weil schon erwähnt in dem anderen Teil des Katalogi und so weiter hat er angekündigt im Vorwort dass er die gar nicht ansprechen möchte und dementsprechend von Menzel können wir nicht viel erfahren aber in seiner Sologe also von 1685 kommt das auch noch vor auch hier erst einmal die Frage was wurde damit gemacht ich hatte gerade mal etwas übersprungen nämlich etwas zu japanische sprach und schrift proben die auch in dem lexikon enthalten sind sowie zu zierschriften und wenn wir uns das anschauen also die rechte seite da sehen sie so ein lexikon das ist nicht das exemplar aus mensch aber sieht genauso aus ich habe es vor augen gehabt ich habe nur aus bildrechtlichen gründen ein anderes exemplar jetzt hier und ist aber in als gleich und auf der 1680ern entstand sein doppeltes japanisches syllabat wo er nämlich einmal aus einem manuskript aus japan eine form der japanischen silbenschrift darstellt und auf der anderen seite aus einer chinesischen überlieferung wie er sagt und die ist nichts anderes als das was wir in diesem zeichen lexikon finden die sind auf japanischer seite zumindest auch bekannt genau auch aus diesem grunde weil sie nämlich japanische schrift und sprach proben in anführungszeichen enthalten in wirklichkeit ist es lupianisch also verwandte sprache nicht japanisch an sich auch diese zierschriften die wir hier sehen die sie vielleicht von athanasium kircher und anderen auch aus dem 17 jahrhundert kennen hat Müller in einen kupferstich überführt für ein werk was auch in den 16 und 80ern geschrieben wurde in seinem streit mit dem theologen elias kribnitz also unschuld gegen die heftige beschuldigung da finden sie einen verweis auf diese tafel die tafel selber scheint aber in keinem exemplar vorhanden zu sein aber fand sich dann anderswo und er schreibt explizit dass er aus diesem zeichen lexikon genommen hat was er eben seit 83 in berlin verwenden konnte menzel gibt nicht so viel her nicht so viel offensichtlich ist aber eine sache konnte ich bei ihm auch finden er hat nämlich hinten eine tafel in einem werk über zahl wörter und schriftzeichen für die zahlen und so weiter und da zitiert er einen langen eintrag über die ja das wort für die zahl 1 praktisch aus einem zeichen lexikon offensichtlich und wenn man das vergleicht mit mehreren lexika die verfügbar gewesen sein könnten hier gibt es nur eines was genau passt nämlich wieder das zeichen mehr also mit anderen worten man kann sehr schön sehen die sind nicht nur angekommen wurden nicht nur beschrieben in den katalogen sondern wurden auch eingesetzt sowohl Müller als auch Menzel wie weit sie das wirklich lesen konnten und wirklich viel mit anfangen konnten ist vielleicht noch mal eine andere frage aber sie haben sie eingesetzt auf jeden fall ja wie geht es mit dem weiter auch hier dieser brief erwähnt also beide titel insofern weiß man nicht genau beide gemeint sind oder einfach weil die zum gleichen typ gehören scheint aber auch da genannt zu werden nämlich als nicht mehr vorhanden vielleicht bei Club Road Fragezeichen auch das taucht im Club Road Katalog nicht auf dann aber einige Jahre später im Auktionskatalog der Privatbibliothek von Club Road auch das ging wieder nach Gent taucht dann auch später in der gleichen Auktion wie gerade in Gent auf in den 1860er Jahren auch das wurde nach Großbritannien verkauft ging in die Bibliothek Alindisiana und auch das ging dann nach der Sammlung also immerhin sind sie noch in der gleichen Sammlung nur nicht mehr in Berlin dann ja auch hier gilt Verbindungsglied dieser beiden Teilgeschichten die Berliner Frühgeschichte und die heutige die nach Manchester führt Verbindungsglied ist Julius Club Road auf irgendeine Art und Weise ein dritter Fall der jetzt erst durch den Menzel Katalog klar geworden ist ist dieses Werk hier die Gesänge von True die bei Müller und Menzel auftauchen aber schwer zu identifizieren waren jetzt aber bei Menzel auch mit Schriftzeichen da sind und er hat nicht nur den Werkstitel sondern auch noch den Heft Titel also zweites Heft von Zweien praktisch er sagt auch noch wie viele Seiten das zweite Heft hat nämlich 56 er meint aber Doppelseiten dann hier offenbar und er gibt sogar den Abschnittstitel mit dem dieses Heft beginnt an und das passt ganz genau zu einer Ausgabe von dem Werk von 16 20 also das Jahr was Müller angibt wenn man 60 Jahre drauf rechnet das sind die Tücken dieses 60er Zyklus offensichtlich ist nicht der einzige Eintrag mit falscher Datierung aber passiert halt öfter ja Sie haben es vielleicht schon erraten können in Clubhouse Katalog wird dieses Werk nicht erwähnt aber auch das taucht also zumindest genau das gleiche Werk mit genau dem gleichen Umfang nämlich nur die zweite Hälfte gleiche Ausgabe taucht in seiner Privatbibliothek auf wird verauktioniert und ist heute in der internationalen Bibliothek noch zu finden weil sie leider zu kurzfristig also jetzt vielleicht mal vielleicht nicht anschauen sondern eher digitalisieren lassen oder so und dann mal genauer schauen ob sich da noch weitere Hinweise finden die Zufälle folgen sich allerdings ein wenig dann hatte ich angekündigt wollte ich auch noch etwas sagen über Werke die im 20. Jahrhundert ausgeschrieben wurden und also jetzt nicht Kriegsverluste sondern bewusste ja also bewusster Verzicht auf bestimmte Werke in der Sammlung meist aus den gleichen Gründen nämlich es handelt sich um Fragmente unvollständige Werke meist auch noch schlecht erhalten und die Anschaffungen im 20. Jahrhundert führten dazu dass man in den allermeisten Fällen dann vollständige gut erhaltene Werke vom gleichen Typ ohnehin auch vorfinden konnte dann in Berlin mit anderen Worten wenn man mit den Werken arbeiten wollte brauchte man diese alten kaputten Fragmente nicht mehr und hat die dann leider wahrscheinlich in den Buchmarkt gegeben so ganz klar ist es nicht auf jeden Fall wenn man den Katalog durchgeht finden sie dann halt diese Angaben hier unvollständig als Dublette ausgeschieden und so weiter das sind mindestens vier Posten die wir alle bei Menzel und Müller nachweisen können also mit anderen Worten Teil dieser Altsineca hat man leider vor etwa 100 Jahren hier bereitwilligst selber abgegeben ein weiterer Fall dieser Art ist auch der letzte den ich ansprechen werde nämlich die Nummer 151 ach ja die Signaturen hätte ich vielleicht irgendwann erwähnen sollen Klapprot hat diese noch nicht die kommen nach Klapprot erst auf also nach Klapprot Katalog aber diese hier waren später auch noch vorhanden dieses Werk wird auch bei Klapprot durchaus erwähnt und es gab auch bei Eva Kraft eine vermutete Gleichsetzung mit Müllers Nummer 13 was man allerdings ja wegen dem angegebenen Umfang erstmal anzweifeln kann und gleichzeitig auch jetzt durch den Menzel Katalog eigentlich ablehnen muss weil dieser Titel gar nicht auftaucht dafür ein anderer Titel der viel besser zu der Nummer 13 von Müller passt die Nummer 13 von Müller ist geklärt hat aber nichts mit dem hier zu tun was dann erst seit dem Klapprot Katalog nachweisbar ist Gebetsformel oder 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 Litanein der Buddhisten als unvollständige Dublette ausgeschrieben vor ein paar Jahren ist mir genau dieses Werk begegnet und zwar in Bochum bei uns in der Bibliothek und ich habe erst einen Schrecken bekommen als ich nämlich diese wohlbekannten roten runden Stempel aus der königlichen Bibliothek zu Berlin gesehen habe und dachte im ersten Moment oh da könnte irgendwie was Unschönes im Hintergrund sein nach ersten Recherchen hat sich aber dann halt schnell ergeben also erstmal es gibt diesen Stempel was steht da abgegeben Preußische Staatsbibliothek Berlin oder so aber gut das könnte ja irgendwer drauf gemacht haben wer weiß aber nein das taucht auch im Katalog tatsächlich auf mit der Notiz von wahrscheinlich von Hülle als Dublette abgegeben und in der gleichen Handschrift wie in dem Katalog liegt auch noch ein Zettel drin mit genau der gleichen Beschreibung der Umfang ist genau der der von Klapproth beschrieben wurde Teil 5 7 und 9 ja nicht perfekt aber ganz okay erhalten und eindeutig aus der Berliner Sammlung ob die aus dem 17. Jahrhundert stammt ist unklar denn das Werk wird halt nicht erwähnt bei Müller und auch nicht bei Menzel kann also nach 85 noch in den letzten 15 Jahren des Jahrhunderts gekommen sein in die Bibliothek wenn nicht dann irgendwann im Laufe des 18. Jahrhunderts denn Anfang des 19. Jahrhunderts war es auf jeden Fall vorhanden Ja das war ein Glücksfund aber das bedeutet wahrscheinlich dass die anderen Fragmente jetzt irgendwo sein können vielleicht findet man irgendwie noch etwas öffentlich sind irgendwelche öffentlichen Sammlungen und nicht in privaten Sammlungen bekommen dass man die irgendwann nochmal wiederfindet um wirklich die Sammlung besser rekonstruieren zu können wie sie vor einigen Jahrhundert Jahren sich hier präsentierte für Müller und Menzel Also wir haben im Wesentlichen dann wahrscheinlich vier Typen einmal die Werke die im 17. Jahrhundert nachweisbar waren und heute immer noch so vorhanden sind das der schönste Fall leider nicht der häufigste dann haben wir diese Fälle wie hier im 19. Jahrhundert auf nicht ganz geklärte Umstände unter nicht ganz geklärten Umständen aus der Bibliothek ausgeschieden und zwar bevor die heutigen Signaturen vergeben wurden dann haben wir welche die Signaturen bekommen haben aber im 20. Jahrhundert eben weil sie vollständig oder nicht gut erhalten waren abgegeben verkauft wie auch immer auf jeden Fall ausgeschieden wurden und dann haben wir vielleicht wirklich noch eine vierte Gruppe bei denen wir gar nicht so richtig wissen was da los ist denn es gibt tatsächlich noch ein paar Einträge auf den Listen die ja noch mehr Fragezeichen als diese Fälle schon hier hervorrufen aber immerhin vor allem dank des Menzel Kataloges ist doch so einiges auch in diesem Jahr noch mal klarer geworden also zwischen Zusage ja ich kann gerne vortragen und tatsächlich im Vortrag hat sich glücklicherweise dieser Katalog aufgetan und ja damit möchte ich und ihnen auf dem letzten Slide ja einen Überblick über die 1685er Seneca Sammlung geben zusammen gestückelt aus dem Menzel Katalog das ist also durchgehend in Menzels Handschrift und da auch japanologisches Interesse kurz gerade auf also vor dem Vortrag aufkam es gibt ein Werk dazu was wahrscheinlich aus Japan stand also ein japanischer Druck das vierte von rechts ist eigentlich also ein Reimlexikon was aber in Japan entstanden ist und in vielen Ausgaben auf japanischer Seite zu finden ist und wahrscheinlich eben auch über Andreas Kleier oder andere Japangänger der Ostindien Kompanie nach Berlin gekommen ist wahrscheinlich dann naja zumindest vom Titel her das früheste japanische Buch in der Berliner Sammlung aber deswegen wollte ich den Titel mit den Seneca im Titel hier das nicht extra abändern also ein japonikum haben wir vielleicht auch dabei gehabt aber ist auch nur ein quasi japonikum denn letztlich geht es darum ums chinesische inhaltlich gut herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit und bin gespannt auf ihre fragen oder anmerkungen vielen dank anmerkungen